Und, wie sehen deine Pläne aus? Pläne? Das Kind im Schlafzimmer. Oh, Lucy. Ich hab sie im Flugzeug kennengelernt. Ja, sie steht auf Religion. Ich hab ihr ne Kapsel gegeben. Ja, scheiße, die hat vorher nicht mal eine Runde getrunken. Ich hab sie im Flugzeug kennengelernt. Ich hab sie im Flugzeug kennengelernt. Ich hab sie im Flugzeug kennengelernt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020